»Matt, bitte, kann das nicht warten?« Strike, dessen Verletzung kein Händeschütteln erlaubte, konnte die Verwandtschaft ungehindert passieren, indem er die bandagierte Hand vor sich hielt und sich an der Menge vorbeizwängte. Joffrey starrte ihn wütend an, und sogar Robins Mutter, die ihn bei ihrer ersten und bisher einzigen Begegnung eigentlich ganz nett gefunden hatte, konnte sich selbst dann nicht zu einem Lächeln durchringen, als er sie namentlich begrüßte. Alle Augen schienen auf ihn gerichtet zu sein. »Ein weniger dramatischer Auftritt hätte es auch getan«, sagte Robin lächelnd, als er endlich vor ihr stand. Unter Schmerzen verzog er das ramponierte Gesicht zu einem Grinsen. Ihr Lächeln war die Strapazen der 200 Meilen langen Fahrt mehr als wert. »Einfach so in die Kirche zu stürmen, du hättest auch anrufen können.« »Das mit den Blumen tut mir leid.« Strikes Entschuldigung war nicht zuletzt auch an Matthew gerichtet. »Ich hatte angerufen, aber...« »Ich habe das Telefon heute Morgen abgeschaltet«, sagte Robin, in der es völlig egal war, dass sie die Schlange aufhielt. »Gehen Sie einfach weiter«, wies sie eine große, rothaarige Frau, Matthews Chefin, an. »Nein, ich hatte schon vor... wann... äh... vor zwei Tagen angerufen«, entgegnete Strike. »Was?« Matthew unterhielt sich unterdessen steif mit Jemima. »Ich habe es ein paar Mal versucht«, fuhr Strikes fort, »und ihr dann auf die Mailbox gesprochen.« »Da... da war kein Anruf«, sagte Robin, »und auch keine Nachricht.« Der Schock hüllte Robin ein wie eine Blase, durch die das Geplauder und Gläserklirren der hundert Gäste und das gefällige Spiel der Streichquartetts nur mehr gedämpft an ihre Ohren drangen. »Wann hast du... du hast was...« »Moment mal, vor zwei Tagen?« Seit der Ankunft bei ihren Eltern war sie ununterbrochen mit lästigen Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt gewesen. Trotzdem hatte sie in jedem unbeobachteten Moment in Erwartung eines Anrufs oder einer SMS von Strike auf ihr Handy gesehen. Sie hatte sogar um ein Uhr nachts allein im Bett ihre Anrufliste aufgerufen für den Fall, dass sie etwas verpasst haben sollte. Die Liste war leer gewesen. Sie hatte angenommen, dass sie aus Müdigkeit die falsche Taste gedrückt und sie versehentlich gelöscht hatte. »Ich will auch gar nicht lange bleiben«, murmelte Strike. »Ich wollte mich bloß entschuldigen und dich bitten, ähm... wieder...« »Aber du musst bleiben«, sagte sie und packte ihn am Arm, als fürchtete sie, er könnte auf der Stelle die Flucht ergreifen. Ihr Herz raste und sie bekam kaum noch Luft. Der Raum verschwamm vor ihren Augen und sie spürte, wie ihr die Farbe aus dem Gesicht wich. »Bitte bleib«, sagte sie und klammerte sich an seinen Arm, ohne dem zunehmend wütenden Matthew neben ihr Beachtung zu schenken. »Ich muss... Ich will mit dir reden. Mom«, rief sie. Wie aufs Stichwort trat Linda aus der Schlange. »Ist noch ein Platz für Comeran frei?«, wollte Robin von ihrer Mutter wissen. »Vielleicht bei Steven und Jenny?« Mit versteinerter Miene führte Linda Strike davon, während die letzten Gäste ihre Glückwünsche überbrachten, obwohl Robin weder zu einem Lächeln noch zu belanglosem Geplauder imstande war. »Warum habe ich Comerans Anrufe nicht erhalten?«, fragte sie Matthew, während ein älterer Mann ungegrüßt an ihnen vorbei zu seinem Tisch lurchte. »Ich wollte dir schon die ganze Zeit sagen, dass...« »Matthew? Warum habe ich die Anrufe nicht erhalten?« »Können wir das nicht später besprechen?« Mit einem Mal fiel der Groschen, und sie keuchte wütend auf. »Du...«, »du hast die Anrufliste gelöscht«, sagte sie, während sie in Windeseile zu einer Schlussfolgerung nach der anderen gelangte. »Du wolltest meine PIN wissen, als ich auf der Raststätte aus der Toilette gekommen bin.« Zwei letzte Gäste warfen Braut und Bräutigam einen flüchtigen Blick zu und schoben sich eilig und wortlos an ihnen vorbei. »Du hast dir mein Telefon genommen, angeblich wegen der Flitterwochen. Hast du seine Nachricht abgehört?« »Ähm, ja«, gestand Matthew, »und gelöscht.« Aus der Stille, die sie umgab, wurde ein gellendes Pfeifen, und Robin wurde schwindelig. Hier stand sie, gefangen in diesem Ungetüm aus weißer Spitze, jenem Kleid, das hatte geändert werden müssen, weil die Hochzeit schon einmal verschoben worden war, und hatte keine andere Wahl mehr, als ihren Verpflichtungen nachzukommen. Aus dem Augenwinkel konnte sie hundert erwartungsvolle und hungrige Gesichter sehen. Dann fiel ihr Blick auf Strike, der mit dem Rücken zu ihr neben Linda darauf wartete, dass sein Platz neben Robins älteren Bruder Steven eingedeckt wurde. Sie stellte sich vor, wie sie zu ihm hinüberging und ihm zuflüsterte, »Hauen wir ab!« Wie würde er wohl reagieren? Ihre Eltern hatten ein Vermögen für die Feier ausgegeben, jeder Einzelne in diesem überfüllten Saal wartete nur mehr darauf, dass das Brautpaar endlich Platz nahm. Robin war blasser als ihr Hochzeitskleid, als sie ihrem Ehemann unter dem frenetischen Applaus der Anwesenden zu ihrem Tisch folgte. Der pedantische Kellner schien Strikes Unbehagen förmlich auszukosten. Letzteren blieb nichts anderes übrig, als für jeden sichtbar mitten im Saal stehen zu bleiben und zu warten, bis man den Platz für ihn eingedeckt hatte. Linda, die einen ganzen Kopf kleiner war als der Detektiv, stand ungerührt an seiner Seite, während der junge Kellner kaum merkliche Korrekturen an der Position der Dessertgabel vornahm und dann den Teller so drehte, dass die Ausrichtung des Musters exakt mit der der anderen übereinstimmte. Strike konnte Lindas Gesicht unter dem silberfarbenen Hut zwar nicht richtig erkennen, doch sie sah wütend aus. »Vielen Dank«, sagte er, als der Kellner endlich beiseite trat. Doch noch bevor er sich setzen konnte, legte Linda ihm leicht die Hand auf den Arm. Die eigentlich sanfte Berührung fühlte sich in Kombination mit ihrer mütterlichen Entrüstung über die missbrauchte Gastfreundschaft an wie eine Eisenfessel. Linda sah ihrer Tochter sehr ähnlich, auch ihr Haar war rot-blond und der silberfarbene Hut verstärkte das klare Blau ihrer Augen. »Was wollen Sie hier?«, fragte sie durch die zusammengebissenen Zähne, während Kellner um sie herum die Vorspeisen auftrugen. Zum Glück lenkte das die anderen Gäste ab, sie nahmen ihre Gespräche wieder auf und wandten ihre Aufmerksamkeit dem lang ersehnten Festmahl zu. »Ich muss Robin fragen, ob sie wieder für mich arbeiten will.« »Sie haben sie gefeuert. Das hat ihr das Herz gebrochen.« Dazu hätte er so einiges sagen können, aber er ließ es bleiben, aus Respekt vor alledem, was Linda beim Anblick der zwanzig Zentimeter langen Schnittwunde sicherlich hatte durchmachen müssen. »Seit sie für sie arbeitet, ist sie dreimal angegriffen worden«, sagte Linda, deren Gesicht immer röter wurde. »Dreimal!« Strike hätte mit Fug und Recht behaupten können, nur für den ersten der drei Angriffe verantwortlich zu sein. Der zweite war geschehen, weil Robin seine ausdrücklichen Anweisungen missachtet hatte, und der dritte war nicht bloß Folge ihres Ungehorsams gewesen, sie hatte damit auch die ganze Ermittlung und nicht zuletzt seine Firma in Gefahr gebracht. »Sie kann nicht mehr ruhig schlafen. Ich habe gehört, wie sie nachts...« Tränen traten ihr in die Augen, und sie ließ seinen Arm los. »Sie haben keine Kinder. Sie können sich nicht vorstellen, was wir durchgemacht haben.« Noch bevor der müde Strike zu einer Erwiderung ansetzen konnte, hatte sie sich wieder auf den Weg zum Ehrentisch gemacht. Dann bemerkte er, dass Robin ihn über die unberührte Vorspeise hinweg ansah. Sie wirkte ängstlich, als befürchtete sie, er könnte sich doch wieder aus dem Staub machen. Strike hob leicht die Brauen und ließ sich auf seinen Stuhl fallen. Zu seiner Linken bemerkte er eine große Gestalt. Als er sich danach umdrehte, blickte er erneut in Augen, die denen von Robin sehr ähnlich sahen, diesmal allerdings über einem streitlustig vorgereckten Kinn und gekrönt von buschigen Brauen. »Du musst Steven sein,« stellte Strike fest. Robins älterer Bruder funkelte ihn böse an und grunzte. Die beiden großen Männer saßen so eng beisammen, dass Stevens Ellbogen Strike streifte, als er zu seinem Peint griff. Alle anderen am Tisch starrten Strike an. Er hob die rechte Hand zu einem halbherzigen Gruß, erinnerte sich erst an den Verband, als er ihn wieder vor sich sah, und verwünschte sich insgeheim, weil er damit nur umso mehr Aufmerksamkeit erregte. »Hi, ich bin Jenny, Stevens Frau,« sagte die breitschultrige Brünette neben Steven. »Du siehst aus, als könntest du auch eins vertragen.« An Stevens Teller vorbei schob sie ihm ein frisches Peint zu. Strike hätte sie vor Dankbarkeit küssen können, beschränkte sich aber angesichts von Stevens grimmigem Blick auf ein von Herzen kommendes »Vielen Dank«, bevor er das halbe Glas in einem Zug leerte. Dabei nahm er aus den Augenwinkeln zur Kenntnis, wie Jenny Steven etwas ins Ohr flüsterte. Der wartete, bis Strike sein Glas abgesetzt hatte und räusperte sich. »Da sind wohl Glückwünsche angebracht,« sagte er leicht unwirsch. »Wofür?« fragte Strike ahnungslos. Stevens Miene hälte sich ein wenig auf. »Na ja, du hast diesen Killer geschnappt.« »Ach so«, sagte Strike, nahm die Gabel in die linke Hand und machte sich über seine Lachsmus her. Erst als er die Vorspeise zur Gänze verputzt hatte und Jenny lachen hörte, dämmerte ihm, dass er sie womöglich besser hätte würdigen sollen. »Entschuldigung,« murmelte er, »ich habe einen Bärenhunger.« Fast schon anerkennend sah Steven ihn an. »Kaum der Mühe wert, was?« sagte er und sah auf seine eigene Muß hinab. »Ist ja quasi nur Luft.« »Cormoran«, sagte Jenny, »wärst du so nett, Jonathan kurz zuzuwinken? Das ist noch einer von Robins Brüdern, gleich da drüben.« Strike folgte ihrem Fingerzeig. Ein schlanker junger Mann mit ebenso hellem Tein wie Robin winkte ihm begeistert vom Nachbartisch aus zu, was Strike mit einem kurzen, betretenen Gruß quittierte. »Du willst sie also zurück, ja?« erkundigte sich Steven. »Ja«, sagte Strike. »Willig.« Statt der erwarteten wütenden Reaktion seufzte Steven nur lange und tief. »Das sollte mich eigentlich freuen. Solange sie für dich gearbeitet hat, war sie glücklich wie noch nie. Sie wollte schon als Kind Polizistin werden. Ich habe sie deshalb immer veralbert,« sagte er. »Das tut mir inzwischen leid,« fügte er eilig hinzu, ließ sich von einem Kellner ein frisches Paint geben und nahm einen beeindruckenden Schluck. »Hm. So im Nachhinein muss ich sagen, dass wir uns wirklich unmöglich aufgeführt haben und dann ist sie, naja, inzwischen hat sie sich ja wieder im Griff.« Steven sah zu den Brautleuten hinüber. Strike, der mit dem Rücken zu Robin saß, nutzte die Gelegenheit, um ebenfalls einen Blick zu riskieren. Robin saß schweigend an ihrem Platz, ohne zu essen oder Matthew Beachtung zu schenken. »Jetzt nicht, Sportsfreund,« murmelte Steven und Strike drehte sich wieder um.